Hallo, ich bin Robert, ich bin 18 Jahre alt, bin im dritten Ausbildungsjahr bei der Firma Haselbeck, vor allem im Werkzeugbau. Davor habe ich ein paar Praktikum gemacht und da ist mir aufgefallen, dass das Handwerk mein Ziel ist. Wir stellen Werkzeuge her, die danach in zusammengebauten Zustand in eine Spritzmaschine eingebaut werden und dann wird der flüssige Kunststoff in die Werkzeuge gespritzt und dann entstehen Teile für die Autoindustrie. Mitbringen in den Job muss man auf alle Fälle handwerkliches Geschick, dann Interesse muss man zeigen können, lernfähig muss man sein, dann muss man Teamarbeit zeigen können, weil am Ende muss die ganze Form aufeinander abgestimmt sein und dann muss halt jeder mit jedem zusammenarbeiten können. Also jeder Tag bringt viel Abwechslung mit, weil wir sind keine Serienfertigung, wo man einfach nur daneben steht, sondern hier wird jedes Mal eine Einzelteilfertigung gemacht, deswegen findet der Job sehr interessant und sehr spannend. Also für mich ist es auf alle Fälle der richtige Weg und ich bin sehr zufrieden mit dem Job und allein mit der Ausbildung, weil wir haben einen super Ausbilder und jeden Tag lernen wir mehr dazu. Ich würde den Job auf alle Fälle weiterempfehlen, weil, wie gesagt, mein Herz schlägt fürs Handwerk. Also wir freuen uns auf jeden neuen Auszubildenden, der in unserem Team wieder dazu kommt, weil wir haben halt dann die Herausforderung, denen wieder was weiterzugeben und jedermann, was bei uns mehr dabei ist, das ist wirklich gut für unsere Fährteam.